Wenn du gerade einen Online-Shop aufgebaut hast und deine ersten paar hundert Euro in Werbung investiert hast oder ausgegeben hast und du jetzt noch keinen Verkauf oder vielleicht nur eine Handvoll Verkäufe erzielt hast und noch nicht wirklich zufrieden mit der ganzen Sache bist, dann schau dich doch mal hier auf meinem Kanal um. Da spreche ich auch über solche Sachen, welche Faktoren alle erfüllt sein sollten oder auch müssten, beziehungsweise an welchen Stellschrauben du drehen solltest und musst, damit du das Ganze weiter nach vorne bringen kannst. Gerade wenn du am Anfang im Marketing bist und du gar nicht weißt, wo oben und unten ist, dann ist es noch wirklich schwierig, klarzumachen, an welchen Faktoren oder an welchen Dingen du jetzt noch arbeiten solltest oder die du verändern solltest. Deswegen, schau dich gerne mal hier um.